Moin Leute, nach dem Video hier ist das passiert. Und es ging darum, dass ich ein VDE-Papier zur kommenden Produktnorm geleakt bekommen habe, für deren Erfüllung die PV-Leistung von Balkonkraftwerken zukünftig auf 960 Watt begrenzt werden soll. Also plus 20% steht da drin. Und das scheint zu gelten für 600 Watt wie auch 800 Watt Anlagen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Die Norm ist noch nicht fertig. Zu 600 Watt kommt aber gleich nochmal mehr. Ich habe euch dann angeboten, das Ganze zu erklären. Also woher kommt die Grenze, wie wurde die berechnet? Und da kamen tatsächlich wahnsinnig viele Kommentare mit der Bitte, es zu erklären. Naja, es kamen auch solche vorwurfsvolle Kommentare dabei. Also und jetzt hier, ganz ehrlich Bro, pass auf, ich bin nicht der VDE und auch nicht der Gesetzgeber. Wir versuchen hier in unserer bescheidenen Freizeit alles, um die Dinge ein bisschen zu verbessern. Also helft mit oder halt den Mund. Scherz beiseite. Unterm Strich besteht aber auf jeden Fall noch Klärungsbedarf, was diese ganzen Grenzen angeht. Also erkläre ich euch hier und heute, warum diese existieren, wie man die berechnet hat. Und ich sage es jetzt schon mal bei Fragen, inwiefern die Norm bindend ist oder auch nicht. Und was das Ganze mit den Gesetzesänderungen zu tun hat, schaut euch bitte mein vorheriges Video an. Denn da habe ich mir die Mühe gemacht, das Ganze ordentlich zu erklären. Heute wird es Hardcore-Technisch. Also, los geht's. Ja, 800 Watt und jetzt diese plus 20 Prozent. Woher kommen diese Grenzen und Zahlen des VDE eigentlich? Und warum sind die 800 Watt überhaupt ein mögliches Problem? Die Berechnung dafür wurde vom Photovoltaik-Institut durchgeführt. Und das ist eine ältere Berechnung für die 600 Watt. In dem aktuell geleakten Paper vom VDE, was ich bekommen habe, ist dieselbe Rechnung verwendet worden, aber mit aktualisierten Werten für 800 Watt. Und ich erkläre euch die jetzt, soweit ich das verstanden habe und soweit mir das auch vorlag. Es ist nicht komplett vollständig, aber ich sage euch, wo und wie ich das auch hatte. So, fangen wir mit den Strömen an. Von welchem Strom reden wir jetzt hier eigentlich? Denn 800 Watt entsprechen ja eigentlich bei 230 Volt gerade mal 3,47 Ampere. Boah, das ist für eine normale Stromleitung echt gar kein Thema. Ja, also da kann die deutlich mehr. Darum geht es tatsächlich aber auch gar nicht. Naja, zumindest nicht direkt. Ganz kurz nochmal, bevor es weitergeht. In eigener Sache, sehr bald kommt eine Folge zu den ziemlich peinlichen Streitereien zwischen den öffentlich-rechtlichen Kanal, Steuerung F und Rezo und wie beide Seiten über alles Mögliche sprechen, gefühlt 100 Influencer ungefragt ihren Senf dazu gegeben haben und es wirklich niemand von denen geschafft hat, über die wissenschaftlichen Fakten zu sprechen, die für euch eigentlich wahrscheinlich wesentlich wichtiger wären als diese peinlichen Schuldzuweisungen. Deswegen werden wir das nachliefern, das Ganze nochmal kritisch bewerten und ich sage es jetzt schon, es wird sehr fies, sehr witzig. Also Abo nicht vergessen. Okay, zurück zum Strom. Hier seht ihr jetzt eine Last, also die Glühbirne, das soll es jetzt hier sein, die 17 Ampere von der ganzen Leitung saugen will. Und in eurem Sicherungskasten ist jetzt aber eine 16 Ampere Leitungsschutzschalter drin und der löst dann aus und sagt, nö, geht nicht. In der Realität ist das ein bisschen komplizierter, dazu kommen wir gleich noch. Wir fangen erstmal einfach an, damit ihr reinkommt. Okay, alles super, denn so soll es ja auch sein. Der soll ja auslösen und soll sagen, ja, das war es, mehr kriegst du nicht. So, jetzt kommt aber noch das 800 Watt Balkonkraftwerk dazu und speist halt die vollen 3,47 Ampere ein. Was passiert jetzt? Aus dem öffentlichen Netz werden jetzt dann diese 3,47 Ampere weniger benötigt. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Weniger Energie aus dem öffentlichen Netz beziehen, denn das bedeutet für euch ja dann sparen. Aber, und jetzt kommt das Problem der Sache, der Leitungsschutzschalter löst in diesem Fall gar nicht mehr aus, weil aus dem öffentlichen Netz ja weniger Strom benötigt wird. Das Kabel vor der Last muss die 17 Ampere ja aber trotzdem aushalten und die gehen ja wirklich trotzdem da drüber, egal woher die jetzt kommen. Das ist dem Kabel ja wurscht. So, und das ist das ganze Problem, denn ein Teil davon wird zwar vom Balkonkraftwerk geliefert, aber der Leitungsschutzschalter, der löst nicht mehr aus, weil da keiner ist. Ihr merkt also, das Problem ist, dass der Leitungsschutzschalter, der ja wie der Name schon sagt, die Leitung schützen soll, nicht mehr auslöst, obwohl das Kabel überlastet ist. So, und die Zahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, die waren jetzt mal ganz einfach. Das ist komplizierter, da gehen wir jetzt auch noch drauf ein. Aber Schritt für Schritt, damit ihr da durchkommt, denn das Thema ist wirklich nicht ganz einfach, muss ich zugeben. So, und jetzt gehen wir mal eine Stufe tiefer. Jetzt schauen wir uns mal diese Leitungsschutzschalter ein bisschen genauer an. Und auf den meisten Leitungsschutzschaltern, zum Beispiel bei euch im Sicherungskasten, steht ja meistens 16 Ampere drauf. Und was jetzt komisch ist, die lösen bei 16 Ampere überhaupt nicht aus. Diese Standarddinger haben nämlich eine Kennlinie und die sieht so aus. Die brauchen uns jetzt auch gar nicht so genau anzugucken. Für uns ist wichtig, dass 1,13-fache von den 16 Ampere, die dürfen dauerhaft anliegen, bevor der auslöst. Und das sind 18,08 Ampere. Und dann löst er nicht aus. Das ist so die Dauerlast, die dann anliegen darf. Also dann fliegt die Sicherung, wenn ich mehr als 18,08 Ampere habe. Ich glaube, ganz so genau wird das nicht sein, aber wir brauchen ja jetzt hier ein paar Zahlen. So, und was krass ist, 23,2 Ampere, also das 1,45-fache von 16 Ampere, können eine Stunde lang durch die Leitung gehen, ohne dass die Sicherung fliegt. Also nochmal, das 1,13-fache von 16 Ampere, also das, was auf dem Sicherung draufsteht, die 18,08 Ampere, die gehen beliebig lange und die 1,45-fache Last, also 23,2 Ampere, gehen maximal für eine Stunde und erst dann fliegt das Ding raus. So, und das Ganze passt jetzt zu unseren hiesigen 1,5 Quadratmillimeter Kabeln, damit diese nicht überlastet werden. Also Kabel und Leitungsschutzschalter sind eigentlich super aufeinander abgestimmt und das macht ja auch mega viel Sinn. Es gibt jetzt auch noch einen Kurzschlussschutz, aber das lassen wir mal raus, damit wir jetzt hier noch irgendwie durchkommen im Markt, das Ganze ist nicht ganz unkompliziert. Okay, was heißt das alles jetzt für unsere 800 Watt Anlage, denn die umgehen das ja, weil sie den Strom aus dem öffentlichen Netz ja reduzieren und der Leitungsschutzschalter ja gar nicht mitbekommt, dass möglicherweise zu viel anliegt. So, und hier gibt es jetzt zwei Fälle. Das eine ist dann diese Dauerlast, von der ich eben gesprochen habe, das sind dann die 16 Ampere, also das, was auf der Sicherung draufsteht sozusagen, mal die 1,13, das sind dann die 18,08 Ampere, wo wir gerade von gelabert haben. Und jetzt kommt ja nochmal die 3,48 Ampere da drauf und das ist ja das quasi, was das Balkonkraftwerk bei 800 Watt liefern würde. Und das heißt, ich hätte eine maximale Last von 21,56 Ampere, die wirklich dauerhaft über das gesamte Jahr anliegen könnte und der Leitungsschutzschalter würde nicht auslösen. So, und dabei, davon reden wir, wir reden da jetzt von fast 5000 Watt, also das ist natürlich schon eine ziemlich, ziemlich harte Last, also so viel liegt in der Regel an keiner Steckdose an. Okay, für eine Stunde ist es sogar noch krasser, da habe ich dann die 16 Ampere mal 1,45 und das sind dann schon 23,2 Ampere plus noch den Balkonkraftwerkstrom von 3,48 Ampere und dann bin ich insgesamt bei 26,68 Ampere, die für eine Stunde da anliegen können und das sind über 6000 Watt, also das ist schon richtig hart. So, und was heißt das jetzt schon wieder? So, das sind jetzt beides, die maximalen Ströme, die im Kabel auftreten könnten, ohne dass der Leitungsschutzschalter für eine gewisse Zeit auslöst und wenn das absolute Maximum aus dem Netz bezogen wird und gleichzeitig das Balkonkraftwerk mit den vollen 800 Watt einspeist, darüber reden wir jetzt. So, und der Fall 1, den ich eben genannt habe, das wäre dann die Dauerlast, also der Leitungsschutzschalter würde hier tatsächlich gar nicht auslösen, egal wie lange das anliegt und Fall 2 wäre dann eine Stunde lang, also das mit diesen 1,45-fachen, dann würde er auslösen. So, und beide Fälle müssen wir uns jetzt ansehen und die Frage beantworten, kann im absoluten Worst Case bei diesen Strömen die Leitung Schaden nehmen, also zu heiß werden? Und genau diese Fragen haben die Leute von diesem Paper für das VDE dann halt berechnet und ich zeige euch mal wie und das ist auch nicht so einfach. So, es gibt jetzt zwei Fälle, die man simulieren kann. Fangen wir mal mit dem Extremfall an und zwar wird das dann so gemacht, ja. So, ich nehme jetzt hier auch nur einen Ausschnitt, weil sonst labere ich hier noch den ganzen Tag, wir wollen es mal kurz halten. Man geht jetzt im ersten Fall davon aus, dass aus dem Netz die maximale Dauerlast anliegt, also diese 16 Ampere mal die 1,13, also die 18,08 Ampere, dass die 365 Tage im Jahr 24-7 anliegt. Das ist jetzt die Annahme. Klingt total irre, hat aber einen Sinn, wartet einen Moment. So, und das ist jetzt quasi hier unten auf dem Bild die Basis, das seht ihr da, ja, also die 18 Ampere, die quasi die ganze Zeit volles Rohr über das gesamte Jahr anliegen würden. Das klingt wie gesagt völlig absurd, ich weiß, es hat aber einen Sinn, denn wir wollen hier jetzt das Maximum bestimmen, also welche höchsten Temperaturen treten im Worst Case wie lange und wie oft auf und darum geht es jetzt gerade, deswegen nimmt man diese Extremwerte. So, und jetzt packt man dazu noch die typische Leistung eines 800 Watt Balkonkraftwerks drauf und zwar die, die wirklich auftritt, also im Sommer mehr und im Winter dann weniger und dadurch kommen diese Zacken, die ihr da so seht, ne, diese Zackige, diese Basis unten, das ist quasi, das sind die 18 Ampere, die immer anliegen und dann kommt da noch das Balkonkraftwerk drauf. So, und das ist jetzt wirklich der absolute krasseste Fall, den man sich vorstellen kann. So, und was bringt mir der ganze Scheiß jetzt? Naja, noch wenig, denn ich will ja eigentlich wissen, wie oft wird das Kabel wie warm oder wie lange insbesondere. So, und das Schöne ist, das kann ich jetzt ausrechnen. Wie? Mit diesem Bild, ja, die Jungs und Mädels haben das ganz einfach mal den totalen Worst Case angenommen und zwar ein Kabel in einer Dämmung, also sie haben das wirklich dann einfach da mal reingepackt, haben das wirklich nachgestellt und dann mal gemessen und dann Strom durchgejagt, gemessen, wie heiß wird das Kabel, bei wie viel Zeit, bei wie viel Strom und dann kam dann irgendwie sowas hier dabei raus bei dieser Messung. Sondern dann haben sie daraus noch eine Formel gebastelt, die mir dann sagt, nach einer Stunde zum Beispiel ist bei Strom XY die Temperatur Z, keine Ahnung. Und auch ein Wert zum Beispiel, bei welcher Temperatur sich dann bei Strom XY nach super langer Zeit, also wenn es ganz lange läuft, dann irgendwann einfach einstellt, denn irgendwann bleibt die Temperatur natürlich konstant, dann stellt sich dort ein Gleichgewicht ein. Okay, so, was mache ich jetzt mit diesem ganzen Kram, den ich jetzt habe? Das ist ja wahnsinnig viel. Naja, wir haben jetzt eine Idee davon, wie oft welcher Strom auftaucht im Worst Case und wir haben jetzt noch ein paar Förmelchen, die uns sagen, beim Strom XY kannst du nach Zeit XY folgende Temperatur erwarten. Jetzt merkt ihr, das passt zusammen, ne? Tja, und dann können wir jetzt sehen, wie heiß das Kabel quasi wird und dann haben wir dann diese Grafik hier. Und daraus kann ich dann Dinge ableiten, wie zum Beispiel maximal 104 Grad für 10 Minuten, eben das im absoluten Worst Case. Das ist das, was auftritt, ne? Für die Dauerlast jetzt. So, und jetzt ratet mal, was als nächstes kommt, ein weiteres Diagramm. Es tut mir leid, aber ihr wolltet es so, also jetzt müsst ihr euch das auch ein bisschen geben, tut mir echt leid, aber müsst ihr jetzt durch, kriegen wir aber hin. Hier seht ihr jetzt auf diesem Diagramm, was eigentlich erlaubt ist, also welche Temperaturen sind wie lange erlaubt. Und das ist diese hellblau gestrichelte Kurve, die ihr da sehen könnt. Und der dicke rote Stern, den ich da jetzt eingezeichnet habe, das sind diese 104 Grad für die 10 Minuten, die wir da berechnet haben. Ich habe den jetzt ganz fett da reingezeichnet, weil ich es nicht so genau hinbekommen habe. Aber wir sehen, das passt. 10 Minuten für 104 Grad hält das Ding tatsächlich aus. Also sogar noch innerhalb der Norm. Also alles cool bisher. So, und jetzt kommt die DC-Leistung ins Spiel. Ne? Wir haben ja jetzt 10 Minuten bei 104 Grad. Und wenn ich jetzt aber mehr DC-Leistung habe, das heißt, ich habe mehr PV-Module da dran, kann man sich vorstellen, habe ich die 800 Watt oder diese hohen Leistungen einfach länger und häufiger. Und dann kommt, dass die vollen 800 Watt halt vorkommen. Und das ist gleichbedeutend damit auf dieser Grafik, dass der rote Stern nach rechts läuft. Und das ist das Problem. Und deswegen gibt es diese maximale DC-Leistung. Ja, zumindest ist das die einzige Erklärung, die ich bisher finden konnte. Also in den Dingen, die ich da bekommen habe, stand das so direkt gar nicht drin. Aber das ist das, was ich jetzt daraus schließen würde. Möglicherweise fehlt mir aber noch eine Info. Das kann auch sein. Also wie gesagt, das ist nicht alles vollständig, was ich da habe. Und es ist auch nicht der finale Stand. Also ganz cool bleiben. Das ist das, was ich bisher habe. Was mich aber irritiert hat an der ganzen Rechnung ist, dass mein Eindruck ist, dass diese 20 Prozent, also die 960 Watt, die jetzt hier angesetzt wurden, nicht exakt berechnet wurden. Das wäre möglich gewesen mit dieser Simulation. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass es nicht gemacht worden ist. Ich habe aber auch keinen Beweis dafür. Viel ändern würde das vermutlich nicht. Ich glaube, dass das schon ungefähr passen könnte. Aber 20 Prozent ist sowas Typisches für Overpaneling im PV-Bereich. Ich vermute mal, dass man hier einfach so einen Standardwert genommen hat. Und das ist auch eigentlich okay, glaube ich. Ja, das kann man schon so machen. So, jetzt haben wir noch einen Punkt. Und der ist interessant. Muss auch so geben, mir geht schon langsam die Puste aus. Das ist schon anstrengend heute. Aber wir kriegen das schon hin. Na ja, eben haben wir ja angenommen, dass quasi 24-7 über das gesamte Jahr 18 Ampere aus der Steckdose gezapft werden. Und ich meine, klar, das ist eine Annahme, um das Maximum zu berechnen, völlig unrealistisch, passiert nicht. Und wer das jetzt wirklich tut, keine Ahnung, ja, was weiß ich, also dann selber schuld. Aber gut, ist die Annahme für so ein Maximum. Das ist okay. So, und jetzt fragt man sich aber, was passiert denn, wenn ich jetzt realistische Ströme eigentlich annehme? Und das haben die Jungs und Mädels aber ebenfalls gemacht. Und das Ergebnis ist viel spannender. Denn die Temperaturen sind jetzt viel geringer als ohne Balkonkraftwerk. Spannend, oder? Also das ist genau das Gegenteil von dem. Denn die ganze Problematik, die ich euch bis hierhin beschrieben habe, also dass es halt wirklich heißer wird, ist ja nur von Bedeutung, wenn die Leitungen maximal ausgereizt werden. Erst dann. Aber bitte versteht hier natürlich, dass ein VDE muss vom Worst Case ausgehen. Das ist einfach deren Job. Und im zivilen Ingenieursbereich ist sowas absolut üblich. Ich habe ja auch ein Maschinenmausstudium hinter mir. Und da nimmt man große Sicherheitsfaktoren im zivilen Bereich. Im militärischen Bereich sind die kleiner, da geht man so ein bisschen mehr ans Limit. Aber im zivilen Bereich ist das völlig normal. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Man will jetzt wirklich hier wirklich große, große, große Sicherheit, dass einfach nie irgendwas passiert. Und keine der Berechnungen ist 100% sicher. Deswegen macht man da einfach noch ein ganz fettes, dickes Limit drauf. Oder so einen Faktor, damit man da Ruhe hat. Okay, was heißt das jetzt alles? Denn ein paar Punkte, hatte ich ja gerade schon gesagt, finde ich auch noch etwas fragwürdig und auch ein bisschen kritikwürdig. So, und um auch jetzt vielleicht die letzten Punkte noch zu besprechen, habe ich Christian Ofenhäusle von machdeinstrom.de zu Gast. Er ist Mitglied unserer AG Balkonkraftwerk. Er saß in Berlin neben mir bei der Petition. Also jemanden, den ich auch sehr gerne mag und der jetzt auch wirklich echt da was zu sagen kann. Er ist aber auch in den Power.de-Prozess mit eingebunden. Und kann uns ein paar tiefere Infos für das Ganze geben. Also erstmal vielen Dank, dass du da bist, Christian. Und ich stelle dir einfach direkt die erste Frage. Also die Begründung für die 960 Watt ist mir halt noch nicht so 100% klar. Meine bisherigen Infos nach soll die Einspeisedauer der 800 Watt ja reduziert werden. Also deswegen macht man das, damit das nicht zu viel wird. Ich hatte jetzt aber persönlich den Eindruck, dass diese 960 Watt nicht direkt berechnet wurden. Obwohl das eigentlich machbar wäre mit der Software, die jetzt da war, die exaktere Grenze zu bestimmen. Das ist jetzt auch alles nicht total schlimm. Ich denke auch nicht, dass die sich krass ändern würde. Aber hast du hier vielleicht Infos oder eine Erklärung? Ja, also tatsächlich ist es so, die Einspeisedauer der 800 Watt soll tatsächlich begrenzt werden. Denn Berechnungen haben halt gezeigt, dass wenn man die 800 Watt plus das, was natürlich durch die Sicherung kommt, plus den großen Prüfstrom, also das 1,45-fache, reinlaufen lässt, geht nach einer Stunde ist man so über 140, fast bei 150 Grad, bei einer Ausgangstemperate von 25 Grad. Und das schädigt tatsächlich die Leitung. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir wollen das möglichst selten halten, dass es so oft passiert. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir begrenzen die DC-Leistung. Nur so kommen wir dazu, dass wir die 800 Watt überhaupt freigeben können, was ja gewünscht ist. Und da ist einfach der Wert 20% Überbelegung, da steht ja nicht 960 Watt drin, sondern da steht 800 plus 20%. 20% Überbelegung ist ein gängiger Wert im Markt und überhaupt, was eben Solaranlagen angeht. Da hat man gesagt, okay, dann setzt man auf der Stelle den Deckel drauf. Also ein 600 Watt Mikrowechselrichter ist jetzt aktuell gar nicht berücksichtigt gewesen in der ganzen Sache. Die DC-Leistung sollte aber hier eigentlich höher sein können. Also das muss man ja machen können, ohne dass es große Probleme gibt. Was kann man hier eigentlich tun, vielleicht so als Zuschauer oder überhaupt? Oder hat man das bisher einfach vergessen? Was kann man jetzt hier machen? Genau. Also das ist was, was tatsächlich auch dann erst als diese Entwurffassung, die ist ja, wie gesagt, auch noch nicht final. Das ist nicht das, was tatsächlich in die Öffentlichkeit geht nachher. Dir ist ja ein Dokument in Bearbeitung zugegangen sozusagen. Also es gibt dann aber eine fertige Version, ob das dann so da drin steht, müssen wir noch gucken mit den 960 oder den 800 plus 20 Prozent. Aber da gibt es natürlich wieder, so wie beim ersten Mal, die Möglichkeit, entsprechende Kommentare einzureichen, Änderungswünsche. Und da, und da sind wir uns, glaube ich, einig, macht es durchaus Sinn, wenn man dann sagt, okay, bei den 800 Watt verstehen wir, da muss es eine Obergrenze bei der Modulleistung geben. Bei den 600 Watt aber, so wie es vorher ja auch war, nicht unbedingt. Oder eine höhere. Also das kann man durchaus auch nochmal als Arbeitsauftrag an den VDE mitgeben, sich das nochmal anzugucken. Danke, Christian. Eine letzte Frage hätte ich noch. Warum sind die ganzen Normen in Bezug auf unseren Kampf um die Erleichterung von den ganzen Balkonkraftwerken eigentlich so wichtig? Also die sind tatsächlich zentral, weil es geht darum, in den Markt auch Sicherheit reinzubringen. Dass die Nutzer wirklich hingehen können und mit Sicherheit sagen können, und zwar nicht nur sich selber gegenüber, es gibt ja viele mutige Leute, die sich auch sehr viel zutrauen, sondern eben auch beispielsweise dem Vermieter gegenüber, dem Netzbetreiber gegenüber, der Versicherung gegenüber, sicher und klar zu stellen, okay, mein Gerät, so wie ich es verwenden will, ist sicher. Ja, und das hilft tatsächlich auch dann, wenn beispielsweise mal doch irgendwann was passieren sollte, ja, bewahre, bisher ja noch nicht passiert, aber wenn, dann kann man sich eben darauf berufen und sagen, war dieses Gerät entsprechend nach dieser Norm oder von einer äquivalenten Sicherheit, man muss ja nicht unbedingt genau das machen, was in der Norm drinsteht, man muss nur eine äquivalente Sicherheit bieten, dann kann man sagen, wenn das nicht der Fall war, dann liegt es eben an demjenigen, der das angeboten und verkauft hat, da hat der also Schrott verkauft, oder es liegt halt an demjenigen, der es selber zusammengebastelt hat, aus irgendwelchen alten Autobatterien, aber das hat mit dem Balkonkraftwerk an sich nichts zu tun, das Balkonkraftwerk an sich ist weiterhin sicher. Ich sehe ja schon wieder die Schlagzeilen der Zeitung mit vier Buchstaben, Balkone brennen, Lichter loh, Millionen schaden und dann kann man eben an der Stelle sagen, ja, okay, aber das hat mit dem Balkonkraftwerk an sich nichts zu tun, das heißt, die Weiterverwendung des Balkonkraftwerks ist eben gesichert. Das ist der Grund, warum es diese Norm geben muss. Also Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es mega geil und möchte hier auch nochmal betonen, dass auch er das alles ehrenamtlich macht. Er muss das jetzt hier nicht machen und hat sich jetzt hier hingesetzt und hat sich den Fragen gestellt, finde ich ziemlich cool. Ich hoffe wirklich sehr, dass die 600 Watt-Dezil-Grenze dann noch stark erhöht wird oder möglicherweise sogar fallen gelassen wird. Ich denke, dass da eigentlich keine große Gefahr besteht nach dem, was ich bisher gesehen habe und ich hoffe aber auch, dass ihr die Infos jetzt nochmal helfen konnten, damit ihr den ganzen Kram nochmal besser verstehen konntet und vielleicht auch etwas besser den VDE hier verstehen konntet, der in meinen Augen durchaus verantwortungsvoll und vernünftig handelt. Das ist jetzt irgendwie für mich nachvollziehbar. Man kann im Detail immer streiten, absolut, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es irgendwie zumindest nachvollziehbar und es basiert auf einer Berechnung, das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Okay, also bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Chau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020